Ihr seid auf der Suche nach einem neuen PC im Bereich 1.700 bis 1.800 Euro, wollt den neuen Intel i5-14600K Prozessor drin haben. In diesem Video zeige ich euch eine Zusammenstellung und erläutere euch, warum ich welche Komponenten gewählt habe und was man noch ändern könnte. Hallo und herzlich willkommen bei Grotes Computer. Das heutige Video soll mal wieder eine PC-Vorstellung sein, diesmal im Bereich 1.700 bis 1.800 Euro. Wie ihr es kennt, werde ich euch die Geiztagsliste mit den ganzen Einzelteilen zeigen, werde euch den PC als komplett zusammengebautes, installiertes Paket mit Garantie, Support bei uns im Shop zeigen, auch wie da der Aufpreis ist, damit ihr selber entscheiden könnt, ob es euch das wert wäre, den jetzt bei uns komplett zusammengebaut zu kaufen oder ob ihr die Einzelteile kaufen möchtet. Ich werde auf jede Komponente eingehen, warum ich welche Komponente gewählt habe, wie viel Leistung ihr erwarten könnt und welche Alternativen da es gibt, wo ihr noch was anpassen könnt, wenn ihr vielleicht andere Bedürfnisse habt. Falls ihr häufiger solche Videos sehen wollt, dann lasst doch jetzt mal ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch weitere Fragen zu dieser Zusammenstellung habt oder vielleicht auch zu anderen Zusammenstellungen euch beraten lassen wollt, Hardware-Fragen habt, mit anderen Hardware-Begeisterten austauschen wollt, dann kommt auf unseren Discord-Server, Link unten in der Beschreibung. Da verlose ich auch jeden Monat meine Videoeinnahmen, das also hier von YouTube. Das nächste Gewinnstil müsste jetzt eigentlich demnächst kommen. Dementsprechend lohnt es sich, da vorbeizuschauen, wenn ihr auch was gewinnen wollt. Da kommen auch immer News und Ankündigungen, solche Videos oder Kodos Computer allgemein vorbeischauen lohnt sich. Also starten wir aber mit dem Video. Ich möchte erstmal was kurz zu dem PC sagen, der im Hintergrund steht. Das ist nicht der, den wir jetzt hier vorstellen, den haben wir noch nicht gebaut. Dann will ich ein bisschen was zu den PCs allgemein im Shop sagen und dann starten wir mit dem PC rein. Ja, kommen wir zuerst mal zu diesem PC, den ihr hier im Hintergrund seht. Das ist ein PC, den ein Kunde individuell konfiguriert hat. Das ist jetzt keine Standardkonfiguration bei uns im Shop, sondern was, was der Kunde individuell entsprechend gewählt hat. Und zwar haben wir hier das ARX 700R von Endofire als Gehäuse. Das ist ein schönes, großes Gehäuse. Ich hätte jetzt hier noch eine Glasscheibe, die habe ich jetzt nicht dran gemacht, damit man besser reinschauen kann. Vorne drei 140mm Lüfter, jetzt in der Variante nicht beleuchtet, hinten ein unbeleuchtender 140mm Lüfter und eigentlich wäre sogar im Deckel noch ein fünfter 140mm Lüfter. Den haben wir jetzt aber wieder ausgebaut, weil wir hier von Arctic die Liquid Tracer 2 360 haben, eine super starke und leise Wasserkühlung. Dann passt natürlich kein Lüfter mehr in den Deckel, wenn hier der 360er Radiator im Deckel entsprechend ist. Wir haben hier als Prozessor den 7800X3D von AMD, einen der aktuell beliebtesten AMD-Prozessoren. Super hohe Leistung, schneller als ein i9 14900K. Top-Prozessor, wirklich aktuell einer der meistverkauftesten Prozessoren bei uns auch, muss ich sagen. Also hier fürs Gaming eine sehr gute Wahl. Das Mainboard ist ein Astrox X670E Steel Legend, also X670E-Chipsatz, der Top-End-Chipsatz. Mit allen möglichen Anschlüssen, die es hier gibt. Das Mainboard ist so ein bisschen im weißeren Ton gehalten. Das kann man also auch bei einem White-Bild zum Beispiel verwenden, auch wenn jetzt hier, ich glaube, auf die Optik nicht so viel besonders wert gelegt wurde. Hat auf jeden Fall sehr viele Anschlüsse das Board, man muss es ja nicht immer wegen der Optik wählen. Wir haben hier von Adata den Arbeitsspeicher 32GB, 6000MHz CL30, natürlich mit X-Pro-Profil. Also auch ein sehr, sehr schneller Arbeitsspeicher für AMD. Was man jetzt hier nicht sehen kann, sind zwei SSDs. Samsung 990 Pro, jeweils einmal mit 1TB, einmal mit 2TB, 1TB für Betriebssysteme und so weiter. 2TB dann Spiele, Programme und so weiter installieren. 99 Pro mit die schnellsten TCSPS 4.0 SSDs, das passt also auch. Dann haben wir hier noch ein 1000-Watt-Netzteil, 80 plus Platinum hier drin. Genau, und hier auch ein Grafikkartenhalter für die Grafikkarte. Das ist von Sapphire eine RX 7900 XTX Vapor X. Das Top-Modell von Sapphire ging mit so einer RGB-Beleuchtung. Ich denke, der Kunde hat die gewählt, weil er auch einen sehr großen und leisen Kühler hat und nicht unbedingt wegen der RGB-Beleuchtung. Auch wenn ich die sehr schick finde. Genau, Windows noch drauf. Der Rechner kostet als fix und fertig einsatzbereites Paket ungefähr 2.900 Euro. Damit er dann gut aufgefahren hat, war es der PC im Hintergrund, haben wir das hier einmal geklärt. Ja, es soll jetzt hier auch um einen PC mit einer Nvidia-Grafikkarte gehen. Neue 14. Generation ist rausgekommen bei Intel. Da dachte ich mir, naja, machen wir direkt mal einen 14. Generation Prozessor, den 14.600 KF. Das ist ja zum Gaming sehr interessant. Der i7 und i9 habe ich ja auch letztens im Video zugemacht. Das sind zum Gaming halt kaum schneller als der i5. Aber sehr viel teurer, deswegen lohnen sich die nicht so. Deswegen dachte ich, mache ich da einmal direkt was. Wir springen jetzt gleich auf den Monitor. Dann zeige ich euch die Geilzeitsliste und den PC im Shop und wir gehen durch alle Komponenten durch. Wir sind jetzt auf der Kategorie der Preis-Leistungs-Gaming-PCs. Diese Kategorie habe ich diese Woche komplett überarbeitet. Wer auf dem Discord ist, wird das sicherlich mitbekommen haben. Die Preis-Leistungs-Gaming-PC-Kategorie ist eine Kategorie, wo ich PCs eingestellt habe, die, wie der Name schon sagt, eine möglichst gute Preis-Leistung im Gaming-Bereich bieten. Da ist es so, dass ich gesagt habe, wir brauchen keine unnötige RGB-Beleuchtung, wir brauchen keinen unnötigen Schnickschnack an Ausstattung. Die Ausstattung ist zwar schon hochwertig, wenn ich sie vergleiche mit anderen Mitwehrern, muss ich sagen, ist sie schon hochwertig, aber es ist nicht das, wo ich sagen würde, dass es top hochwertig ist. Als Beispiel, wir haben jetzt auch in einem geringeren Preisbereich bei Intel zum Beispiel Micro-ATX-Mainboards drin. Einfach da der Preisunterschied 50 Euro oder so zu einem ATX-Board wäre und du dafür halt nicht mehr Leistung bekommst, die Anschlüsse genauso hast, dann kann man da auch ein Micro-ATX-Board nehmen. Oder ich habe jetzt nicht direkt schon bei den kleinsten PCs 32 GB RAM oder sowas genommen, aber die Ausstellung ist sehr gut. Also jeder PC hat mindestens eine 1 TB SSD und wir haben schon relativ früh 32 GB RAM, relativ früh auch 2 TB SSDs. Also wenn man es vergleicht, ist die Ausstellung schon sehr gut, aber es ist so, dass wir auch noch die Gaming-PC-Kategorie haben, die habe ich noch nicht überarbeitet, da wird demnächst aber auch eine Überarbeitung kommen, wo ich dann sage, ich möchte das Ganze ein bisschen höher machen, solche keine Micro-ATX-Mainboards reinmachen, und auch sagen, Sachen, die jetzt nicht unbedingt Leistung bringen, trotzdem da reinmachen, ist natürlich dann preislich etwas teurer. Hier haben wir aber gesagt, die bestmögliche Preis-Leistung. Jetzt haben die PCs alle hier so doofe schon einen Komen-Namen, so Pure 2 A-N zum Beispiel oder Pure 2 I-A. Ist natürlich doof. Früher hießen die Preis-Leistungs-Gaming-PC 1 Nvidia oder so, da ist aber unser Kollege, der für die Google-Optimierung sorgt, noch von zugekommen, hat gesagt, mach das mal nicht, weil wenn jemand jetzt nach Preis-Leistungs-Gaming-PC googelt, dann weiß Google nicht, soll er jetzt die Kategorie verlinken, soll er jetzt einen von den PCs verlinken, ist er immer so gesprungen, das war nicht gut. Deswegen hat er gesagt, die PCs sollen jetzt nicht Preis-Leistungs-Gaming-PC oder sowas heißen, sondern anders. Dann habe ich gesagt, okay, muss ein anderes Namenschema überlegen, deswegen habe ich jetzt Pure für alle Preis-Leistungs-Gaming-PC, wie pure Power quasi, genommen. Dann die Zahl dahinter ist das Level. Level 1 bis, wenn wir jetzt hier ganz runtergehen, Level 9 ist das Höchste. Level 9 hat dann eine 4090 drin, und Level 1 eine 1650 oder 6500 XT. Das macht quasi die Levels entsprechend, damit immer Grafikkarte, Prozessor und so weiter besser. Habe ich das immer in so Bereiche eingeteilt. Und dann dieses, der Buchstabe, der A, der erste Buchstabe, da gibt es entweder ein A oder ein I. A steht für AMD-Prozessor, I für Intel-Prozessor. Und wenn dahinter ein Bindestrich N steht, heißt es, dass es mit einer Nvidia-Grafikkarte ist. So, ein Bindestrich A würde entsprechend bedeuten, mit einer AMD-Grafikkarte. Also wenn ihr jetzt den Pure 2 I-A habt, heißt das Intel-Prozessor AMD-Grafikkarte. Weil in jeder Leistungsklasse gibt es ja verschiedene Prozessoren. Um zum Beispiel den Pure 2 zu nehmen, in der A-Variante hat er einen Ryzen 5600, in der I-Variante einen 12400F. Und dann gibt es den mit einer RX 6600 oder einer 3050. Damit ihr eben alle Möglichkeiten in dem Preisbereich immer abgebildet gehabt. Klar, das Mail-Mod ist immer dazu passend, aber sowas wie zum Beispiel das Gehäuse, Arbeitsspeicher, SSDs, das ist bei beiden Varianten gleich. So könnt ihr euch ein bisschen da durchnavigieren. Und es gibt hier natürlich oben auch diese Filter-Option, wo ihr jetzt sagen könnt, okay, ich möchte einfach nur PCs mit Grafikkarte X angezeigt haben. Dann könnt ihr hier die Grafikkarte auswählen. Dann zeigt ihr euch die an. Das geht natürlich auch. Die PCs, die hier in dieser Kategorie sind, sind auch besonders preisgünstig kalkuliert, muss ich sagen. Weil ich hier gesagt habe, okay, eine nicht so krass hochwertige, das heißt, man kann nicht sagen, die Ausstellung ist nicht hochwertig. Vergleich zu jetzt anderen PCs von uns. Wie gesagt, kann auch Mikroartiges Bord drin sein und so. Bei der Ausstellung, deswegen müssen wir da auch preislich ein bisschen rangehen und sagen, okay, den Ausschlag, den wir nehmen beim Zusammenbau, ist vielleicht ein bisschen niedriger. Wir kommen gleich zu einem PC, den ich ja jetzt hier vorstelle, wo ich euch auch den Ausschlag zeige. Ihr könnt gerne alle PCs auch durchrechnen. Ich kann euch sagen, der Ausschlag ist überall wirklich sehr, sehr gering. So, kommen wir jetzt aber zum PC, den ich vorstellen möchte. Und das ist der Pure 7i-A. Ihr seht, 14.600 KF, 7.900 XT, 32GB RAM DDR4, 2TB SSD, für 1.790 hier zusammengebaut. Und ich habe hier mal die Teile rausgesucht. Da sind es 1.735 Euro aktuell. Also seid ihr gerade mal so 55 Euro über dem Eigenbau. Wo ich sage, für 55 Euro ein PC zusammengebaut, installiert, Treiber, Buyer, Service, Garantie. Meiner Meinung nach ist es bei dem Preispunkt ein wirklich fairer Preis. Wie der zustande kommt, können wir gleich auch nochmal drüber reden. So, wenn wir jetzt in den PC reingehen, habe ich hier einmal nochmal eine Grafik eingefügt, was uns eben ausmacht. Da sind Sachen wie Qualität bis ins kleinste Detail. Heißt, Kabelmanagement ist nicht nur auf der Vorderseite schön, sondern auf der Rückseite auch. Vielleicht können wir von dem PC mal so ein paar Shots von der Rückseite einbinden. Da ist das Kabelmanagement auch 1a. Das ist bei jedem PC, bei uns selbstverständlich, nicht jeden alles reinstopfen. Das muss überall perfekt sein. Wir haben optimal eingestelltes BIOS. Das bedeutet, wir updaten das BIOS erstmal auf die neueste Version. Wir stellen Lüfterkurven ein, dass die Lüfter leiser laufen. Wir stellen natürlich sowas wie XMP ein. Aber wir stellen auch sowas wie Resize Bar ein. Wir stellen sowas wie Secure Boot ein. Wir stellen sowas wie Power Limits ein. Das heißt, hier wirklich alle Einstellungen machen und schauen, dass es funktioniert. Dann Windows samt allen Treibenden installiert. Je nachdem, wie Windows 10 oder 11 was ihr wählt. Auch wenn ihr es ohne Aufpreis in der Testversion ohne Key bestellt, wird es komplett installiert mit allen Treibenden in der neuesten Version. Ein Windows-Update in der neuesten Version. Ihr bekommt also kein 6 Monate das Image, wo ihr erstmal 3 Tage Updates machen könnt. Dann wird der PC noch getestet. Läuft in einem Stabilitätstest über Nacht. Das auch alles wirklich gut läuft. Hier nichts laut wird. Kein Spulenfieben macht. Der PC seine Leistung liefert. Alles stabil läuft. Das ist selbstverständlich. Dann natürlich unseren Beratung und Support. Das sage ich ja auch immer. Ihr könnt euch individuell beraten lassen. Die Beratung mache ich alle. Bedeutet, wenn ihr nicht so viel Ahnung habt oder sagt, ich habe mir schon mal was zusammengestellt. Ich habe aber noch ein paar Fragen dazu. Vielleicht in einigen Bereichen. Könnt ihr euch beraten lassen? Kann ich euch da weiterhelfen? Und versucht da eben das Bestmögliche für euch rauszuholen. Und ihr könnt entsprechend auch Komponenten bekommen, die wir nicht im Shop haben. Wenn ihr jetzt sagt, naja, ich will irgendein schönes Gehäuse haben. Das habt ihr nicht. Können wir das für dich besorgen. Das geht eben in dieses individuell konfigurierbar auch rein. Wo es halt darum geht zu sagen, du kannst jeden PC nochmal anpassen in unserem umfangreichen Konfigurator. Und selbst wenn da irgendwas nicht dabei ist, können wir die Komponente noch für dich besorgen. So, jetzt schauen wir uns aber mal die Teile von dem PC an, um den es gehen soll. So, als Gehäuse haben wir das Arc 700R. Das ist das gleiche Gehäuse wie hier. Dann haben wir den 14600KF Prozessor ganz neu, die 7900XT Grafikkarte, den Adata 32GB 3600MB CL18 Arbeitsspeicher Kit, das MSI Pro B67P Wi-Fi DDR4 Mainboard, von Adata die S70 Blade 2TB SSD PCI Express, den Fortis 5 Kühler und von Adata das Corrector 750W Netzteil und entsprechend Windows wird auf jeden Fall in der Testversion vorinstalliert. So, wir gehen jetzt mal hier rein und schauen uns alle Komponenten an. So, warum habe ich hier dieses Arc 700R gewählt? Das Arc 700R habe ich gewählt, weil bei den Pure, also Preis- und Leistungsgaming-PCs, ist es so, dass ich ja gesagt habe, bestmögliche Preis- und Leistung, deswegen so teurere RGB-Gehäuse, hier habe ich gesagt, die sind zu teuer, Geld für RGB brauchen wir nicht ausgeben, deswegen hier ein unbeleuchtetes Gehäuse. Ihr könnt natürlich genauso hier ein beleuchtetes Gehäuse nehmen, wenn ihr RGB haben wollt. Klar, könnt ihr ja konfigurieren oder wenn ihr den selber baut, einfach ein anderes nehmen. Das ist gar kein Problem. Ich habe hier gesagt, wir wollen lieber ein bisschen Geld sparen. Das Arc 700R, wenn wir hier mal draufgehen, das ist ein Gehäuse, das kostet 110 Euro. Das finde ich bei einem 1800-Euro-PC, so ein 100-Euro-Gehäuse kann man schon mal machen. Da muss man jetzt kein 50-Euro-Case nehmen, wir packen ja auch ordentliche Hardware da rein, macht halt keinen Sinn. Ich packe die 900-Euro-Grafikkarte in 50-Euro-Case. So, das Gehäuse habe ich genommen, ich habe ja hier schon ein bisschen drauf angesprochen, dreimal 140mm Lüfter vorne, einmal hinten, einmal oben, also 540mm Lüfter. 140mm Lüfter ist auch nicht Standard, das ist normal 120mm, aber 140mm Lüfter kann nochmal langsamer drehen, mehr Luft fördern, ist damit leiser. Das ist natürlich insofern besser. Das Gehäuse hat super viel Platz, wenn wir hier gucken, das Gehäuse hat 410mm Platz für Grafikkarten, das heißt, da könnt ihr alles upgraden, so große Grafikkarten gibt es gar nicht, die da nicht reinpassen. 179mm für den CPU-Kühler, da passen alle CPU-Kühler rein, ihr könntet hier in den Deck, zum Beispiel eine 360er-Wasserkühlung wie hier einbauen, ist überhaupt gar kein Problem. Glasfenster hier mit dabei, Meshfront, Meshdecke, was will man mehr? Da habe ich gesagt, okay, das Geld kann man in dem Preisbereich schon mal ausgeben, ich finde, es ist auch von der Verarbeitung ein wirklich solides Gehäuse und damit macht man auf jeden Fall nichts falsch, hat eine gute Kühlung für die Komponenten und ist auch für Upgrades in Zukunft gerüstet, wie gesagt, liegt bei so 110 Euro. Dann haben wir hier, wie gesagt, ihr könnt auch ein RGB oder ein Silent-Gehäuse nehmen, dann haben wir hier beim Prozessor den 14600KF. Hier kann man natürlich auch andere Prozessoren nehmen, also wie ihr seht, wir haben diesen PC auch mit Ryzen 5800X 3D-Prozessor, wenn er lieber auf AMD steht, das ist etwas, der 5800X 3D ist ein ganz kleines bisschen langsamer in Spielen, in Anwendungen schon ein Stückchen langsamer, ist aber auch ein bisschen günstiger mit dem Sockel AM4, das muss man auch dazu sagen. Bei Intel habe ich eben den Vorteil des Sockel 1700, der ein bisschen moderner ist als der Sockel AM4, ein bisschen mehr Anschlüsse, Features bietet da und ja, der 14600KF ist jetzt nur rausgekommen, wer das Video letzte Woche über die 14. Generation gesehen hat, wird gesehen haben, ist eigentlich der gleiche Prozessor wie der 13600KF nur mit 200 MHz mehr Takt, da er aber nur unwesentlich mehr kostet, also ihr seht, hier ist 10 Euro Preisunterschied nur, ja, dann kann man auch den 14600KF entsprechend nehmen, für 10 Euro muss man sich da nicht ins Hemd machen, dann nimmt man den halt einfach, dann schadet das ja nicht. Dementsprechend hier mit dem Intel-Prozessor, da macht man auf jeden Fall auch nichts falsch, ich finde der i5 ist bei Intel noch eine gute Wahl, auch was den Stromverbrauch, die Hitzeentwicklung angeht, das geht hier noch, ein 7800X3D ist natürlich schneller, ist dann aber auch alleine vom Prozessor teurer und von der AM5-Plattform wieder teurer, deswegen finde ich das in dem Preisbereich, hier der 14600KF einfach ein guter Prozessor, er ist ungefähr 10% langsamer als ein 7800X3D, was ein bisschen was ist, aber auch nicht enorm viel ist, preisleistungstechnisch finde ich ihn aber einen der interessantesten Prozessoren, so einen höheren Preisbereich. dann beim Mainboard habe ich von MSI das B760P WiFi DDR4 genommen, wenn wir uns das anschauen, das ist ein Mainboard, kostet so um die 140 Euro, hier, wir haben hier oben Anschlüsse, PCI Express 4.0, X16 für die Grafikkarte natürlich, und haben hier unten noch X1-Slots, wo man noch Erweiterungskarten, wie jetzt eine Soundkarte oder sowas installieren kann, WLAN-Karte ist so, haben wir hier sogar schon auf dem Mainboard drauf, das heißt, eine extra WLAN-Karte bräuchtet ihr gar nicht, das hat das Mainboard schon direkt dabei, wir haben hier die Klinkenanschlüsse, wir haben USB-Anschlüsse mit Typ C und sechs normalen Typ A-Anschlüssen, wir haben hier auch USB 3.1 entsprechend an den Anschlüssen, wir haben 2,5 Gigabit LAN, wir haben hier alles dran, was wir eigentlich haben wollen, hier oben, Spannungswandler vollgekühlt mit recht großen Kühlkörpern, das heißt, auch wenn ihr den Prozessor mal upgraden wollt, ist das problemlos möglich, wir haben entsprechende M2-Slots, hier oben einen M2-Slot, und hier unten haben wir auch noch einen weiteren M2-Slot, also da sind auch das Möglichkeit, mehrere M2-SSDs aufzubauen, also zwei Stück in dem Fall jetzt, können wir hier einbauen, das heißt, bietet eigentlich eine relativ gute Funktionalität an, was das Mainboard angeht. So, ja, wie gesagt, für 140 Euro, denke ich mal, kann man da nicht so viel falsch machen, hat ein eigentlich ganz solides Board. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, okay, was ich jetzt nicht hier dran habe, ist PCI-SPAS 5.0 zum Beispiel, da müsste eines der High-End B760-Board nehmen, oder hier so ein Z790-Mainboard, also wenn ihr sagt, okay, ich will PCI-SPAS 5.0, ich will noch mehr M2-Anschlüsse, also ich will drei oder vier M2-Anschlüsse, ich möchte noch mehr USB-Anschlüsse haben, dann ist der Griff hier zu einem höherwertigen B760-Board, wie jetzt hier so ein B760 Tomahawk-Wi-Fi, das hat dann auch PCI-SPAS 5.0, hat entsprechend hier drei Anschlüsse, hat hier mehr USB-Anschlüsse und so, ist dann allerdings auch entsprechend 60 Euro, 65 Euro teurer und hier mit dem Z790-Board bekommt ihr noch einen vierten M2-Schlot dazu, kostentsprechend den Aufpreis, müsst ihr entscheiden, ob ihr das braucht, ich denke mit dem Board, die meisten kommen mit zwei in zwei Slots aus, sieben USB-Anschlüsse, wird denke ich mal für die meisten auch ausreichend, PCI-SPAS 5.0, hat ja aktuell noch gar keine Grafikkarte, ist halt eher so eine Sache für die Zukunft. Dann DDR4, man kann natürlich auch DDR5 nehmen, ihr seht hier, hier ist DDR4, wo ist er hier, DDR4-Rahmen entsprechend drin, Intel-Prozessionen können auch DDR5 Arbeit speichern. Da ist allerdings so, dass ich mich hier dagegen entschieden habe, auch hier wieder Preis-Leistung, weil DDR5, teures Mainboard, teurer Arbeitsspeicher, ungefähr 100 Euro mehr mit DDR5 und da ist es so, dass ich gesagt habe, okay, die Leistungs-, also die Mehrleistung von DDR5 ist jetzt nicht so riesengroß, also das kann teilweise gar nicht sein, das kann vielleicht mal 5 oder 10% sein, aber dafür ist der Aufpreis in diesem Preisbereich zu groß. Wir haben auch hier PCs, wo ihr seht, okay, in den höherwertigen Bereich, wenn wir hier in den 2000-Euro-Bereich gehen, für 2000 Euro haben wir hier DDR5-Ram dann auch drin. Da ist es machbar, aber ich habe gesagt, 1700, 1800 Euro, da würde ich noch mit DDR4 gehen, aber das wäre natürlich eine Sache, wo ihr sagt, okay, ich möchte gerne DDR5, so ungefähr 100 Euro mit einem teuren Board und Arbeitsspeicher, könnt ihr es upgraden. Bei DDR5, ganz wichtig, nehmt ein 6000 MHz CL30, CL32 oder 6400 MHz CL32-Ram, wenn ihr so ein 5200, 5600 MHz CL36 oder sowas nehmt, ist es nicht wirklich oder kaum schneller als so ein DDR4-Ram hier, also ihr braucht schon einen schnellen DDR5-Ram, damit sich das entsprechend lohnt. So, bei der Grafikkarte haben wir hier die 7900 XTX genommen. Hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. So, man könnte hier auch eine 4070 Ti nehmen, das ist ungefähr das gleiche Preislevel, wie ihr seht, hier 40 Euro Unterschied wäre das. Ich habe mich jetzt hier für die 7900 XT entschieden, weil ich finde, das ist in diesem Preisbereich eine ganz solide Karte. Nvidia, AMD haben natürlich beides hier ihre Vorteile. Wie gesagt, wir bieten den gleichen PC hier entsprechend auch noch mit 4070 Ti Nvidia Grafikkarte an. Ne, das ist mit 7900 XT, hier ist mit 4070 Ti Nvidia Grafikkarte an. So, ihr seht, die Karte kostet 835 Euro, eine 4070 Ti liegt in einem ähnlichen Preisbereich. 7900 XT Vorteil, die Karte ist, was die Grundrechenleistung angeht, schneller. Man kann sagen, so roundabout 10% schneller als eine 4070 Ti, was jetzt die reine Performance ohne Raytracing DLSS sonst irgendwas angeht. Dafür verbraucht sie etwas mehr Strom, muss man fairerweise auch sagen. Und, ja, hat halt kein, also ist beim Raytracing nicht so gut und hat nicht so gutes DLSS. Dafür 20 GB, statt 12 GB Videospeicher, was natürlich relativ cool ist. Deswegen ist das meine Empfehlung für alle, die sagen, Raytracing benutze ich gar nicht so oft. DLSS ist jetzt auch nicht unbedingt was, was viele Spiele unterstützen, die ich verwende. Ich möchte eine möglichst hohe Basisrechenleistung haben, ich möchte für Videospeicher haben, dann ist die 7900 XT die richtige Karte für euch. Die 4070 Ti lohnt sich eher, wenn ihr sagt, okay, ich spiele viele Spiele mit Raytracing, da ist Intel einfach schneller, oder ihr spielt viele Spiele, die das DLSS von Nvidia unterstützen. Weil das kann dann mit künstlicher Intelligenz und diesem Tensor-Kern da drauf die FPS deutlich erhöhen und dann zieht die Karte auch an der 7900 XT wieder vorbei. Wenn das Spiel sich unterstützt, bringt es euch natürlich gar nichts. Und wenn ihr sagt, naja, 4K spiele ich schon mal gar nicht, maximal 1440p und da jetzt auch nicht die super krassen anspruchsvollsten Spiele, dann sind 12 GB Videospeicher da auch ausreichend, aber man muss ganz ehrlich sagen, für jetzt krassen Spiele in 4K ist es einfach nicht ausreichend. 20 GB sage ich, 4K passt. 12 GB, das passt nicht, das ist ein bisschen zu wenig. 1080p gar kein Problem, 1440p, bis auf ein paar Ausnahmen auch kein Problem, aber ansonsten passt das entsprechend nicht. Wie gesagt, hier ist bei jedem die Möglichkeit, möchte er jetzt Nvidia oder möchte AMD, ich wollte jetzt hier mal mit der AMD-Karte vorstellen. So, dann haben wir den Arbeitsspeicher DDR4-Rahmen, ja, habe ich ja gerade schon was zu gesagt, warum DDR4, könnte man auch DDR5 machen, den Adata-Arbeitsspeicher 3000 MHz CL18, ist einfach ein solider Arbeitsspeicher, ist, ich sage mal so, mittlerweile Standard geworden im DDR4-Bereich, 3600 MHz CL18, muss man sagen, ist ein guter Arbeitsspeicher, ja, kann man nichts Negatives zu sagen, 32 GB, so im Gaming auch vollkommen ausreichend, wenn man ab und zu mal etwas aufnehmen würde oder sowas, geht das auch, für jetzt krass professionelles Arbeiten würde ich vielleicht eher auf 64 gehen. So, bei der SSD habe ich gesagt, hier 1800 Euro, da muss schon 2 TB SSD her, ne, also mittlerweile SSDs sind zwar jetzt im Preis gestiegen, aber sind gar nicht mehr so teuer, ihr seht jetzt hier, die SSD 2 TB liegt bei 109 Euro, vielleicht bei so einem Preisbereich 1735 Euro oder 1790 zusammengebaut, da müssen 100 Euro für eine SSD auch drin sein, deswegen haben wir hier die 2 TB SSD genommen, die Adata S70 Blade ist dabei eine wirklich top SSD, wenn ich hier mal reingehe auf die SSD, seht ihr, 7000 für ein MB lesen, 6000 für ein MB schreiben, 650 K IOPS lesen, 740 K IOPS schreiben, wir haben hier entsprechend einen DDR4 Cache und einen SLC Cache, haben also wirklich eine sehr, sehr hochwertige SSD, die vergleichbar ist von den Werten mit, wie sieht man es hier, der Fury Renegade oder einer 990 Pro, allerdings können wir die deutlich günstiger anbieten und dementsprechend habt ihr hier vom Preis-Leistungs-Ferend natürlich eine Top-SSD, also es ist jetzt gar kein Vergleich mit so einer gammligen Kingston NV2 oder anderen Billig-SSDs, die irgendwelchen QLC-Speicher möglicherweise drauf haben, wir haben hier natürlich TLC, die keinen DRAM-Cache haben, die natürlich günstiger sind, klar, aber sowas verbauen wir nicht, ich habe gesagt, wir brauchen eine hochwertige SSD und hier haben wir wirklich Top-Technik, die mit den Top-SSDs mithalten kann. So, beim Netzteil, also klar, ich könnte auch sagen, ich will jetzt nur eine zweite SSD oder HDD dazu konfigurieren, wenn ihr mehr Speicher braucht, ich sage mal so, der Preisunterschied zu einem Terabyte sind nur so, weiß ich nicht, 40 Euro oder so, da habe ich gesagt, naja, in dem Preisbereich kann man die schon mal mitnehmen. So, dann beim Netzteil habe ich von Adata das Corrector 750 Watt Gold genommen, für den PC vollkommen ausreichend, also wenn wir sehen, hier so eine 7900 XT Grafikkarte verbraucht 315 Watt oder hier 330 in dem Bereich, der Prozessor braucht so, naja, 180 Watt ist hier der Max Boost von Intel angegeben, das heißt, wir haben ungefähr 500 Watt Prozessor und Grafikkarte zusammengerechnet, dann kommen noch paar Watt für einen Lüfter und eine SSD und so, da haben wir so 550 Watt unter Volllast, das heißt, mit 750 Watt noch 250 Watt Puffer, das ist mehr als ausreichend. Es ist so, dass wir hier das Corrector verwenden, weil wir da von Adata noch Lieferungen noch bekommen haben, jetzt gibt es das halt nicht mehr, also es bietet keiner mehr an, die werden wahrscheinlich einen Nachfolger raus, bringen mit einem PCI Express 500 Stecker dran, weil das hat das Netzteil nicht, brauchen wir auch nicht, weil die 7900 XT hat ganz normal 8-Pin-Stromanschlüsse, da brauchen wir einen neuen Stecker von Nvidia gar nicht, deswegen habe ich das hier auch gewählt, aber damit man den Preis besser, weil hier steht ja 204 Euro, das ist natürlich unrealistisch der Preis, da will ich jetzt nicht sagen, oh, unser PC ist so günstig, ja, weil das Netzteil hier, nee, nee, das wäre unfair. So, ich habe jetzt hier, wenn ihr den PC nachbauen wollt, von Seasonic, das Focus GX Gold 750 Watt genommen, das ist ein sehr vergleichbares Netzteil, genauso 10 Jahre Garantie, genauso 80 plus Gold, genauso vollmodular und bietet genauso einen leisen Lüfter, Fanstop-Funktion entsprechend an, also würde ich auch ein sehr, sehr hochwertiges Netzteil und der Preis hier von knapp 100 Euro passt auch zu dem Preis, was das Adata-Netzteil gekostet hat, wo es noch verfügbar war, deswegen, das würde ich jetzt nehmen, wenn ihr den PC jetzt nachbauen wollt, deswegen habe ich das als die Sonic-Netzteil hier reingemacht, wirklich auch sehr, sehr jobqualitativ, hochwertiges Netzteil. Das ist immer für uns über drei und auch, der findet noch mal was upgraden möchte, wie gesagt, und Anschlüsse hat das eh mehr als genug. Kommen wir jetzt zum Kühler. Bei den Preis-Leistungs-PCs auch, ich will nicht zu viel Geld für einen Kühler investieren, aber für so einen 14.600K, der bis zu 180 Watt im Boost ziehen kann, da ist natürlich so ein kleiner Luftkühler hier nicht ausreichend, deswegen habe ich hier den Fortis 5 genommen, ist so ein 40-Euro-Kühler, Endorferl sagt 220 Watt maximal, das finde ich vielleicht ein bisschen viel, aber die 180 Watt schafft der problemlos, ich habe ja mal das Video gemacht, 13.600K, was für einen Kühler braucht man, reicht ein Luftkühler, könnt ihr euch gerne anschauen, da wurde der auch getestet und der schafft es den entsprechend auch im Boost da zu halten. Er hat einen großen 140mm Lüfter dran, einen großen Kühlkörper mit entsprechend sechs Heatpipes, ist sehr, sehr leise, muss man sagen, was die Kühlleustung angeht, hier die Heatpipes und ist für den Preis leise einfach einen guten Kühler. Was ihr machen könnt natürlich ist, ihr könnt auch eine Wasserkühlung geben, die Navus F240 von Endorfer oder eine Arctic Liquid Tracer 2 240 wären da zwei Empfehlungen von mir, wenn ihr sagt, okay, ich möchte einfach zum Beispiel oft mit dem PC arbeiten, nicht nur game, ich belaste den Prozessor oft sehr, sehr stark lange am Stück, dann kommt der Luftkühler an seine Grenzen, dann würde ich eher eine Wasserkühlung nehmen, 240 oder in das Gehäuse passt auch die 360er Variante. Fürs reine Gaming wird der Prozessor gar nicht so heiß, der verbraucht vielleicht so 120, 130 Watt Strom maximal, eher so 110, 120 und dann ist auch der Luftkühler vollkommen ausreichend und dann wird der auch gar nicht so heiß, der Prozessor. Deswegen wollte ich jetzt nicht hier super viel Geld für eine Wasserkühlung investieren, also das Gaming ist hier nicht unbedingt nötig. Wie gesagt, wenn ihr viel arbeitet mit dem PC, wo der Prozessor stark belastet wird, dann macht es Sinn, hier eine Wasserkühlung abzugreiten. Dann ist natürlich auch ein entsprechender Aufpreis da. Ja, ansonsten natürlich Windows würden wir euch kostenlos ohne Key vorinstallieren und ihr könnt es hier mit Aufpreis dazu wählen, dann bekommt ihr die Lizenz mit dazu und dann haben wir hier die ganzen Komponenten nochmal zusammengefasst. Wir blenden euch nochmal ein von der Grafikkarte, was ihr da an FPS in Spielen erreichen könnt. Da ist es allerdings so, dass man sagen kann, mit so einer 7900 XT habe ich ja schon angerissen, 1440p Gaming ist damit gar kein Problem, auch mit über 100 FPS in aktuellen Spielen. Das passt alles damit 4K eingeschränkt möglich, da dann eher 60 FPS kommen wir natürlich auch immer auf das Spiel an. Aber können wir euch nochmal so eine Übersicht einblenden, dann könnt ihr das sehen. Jetzt haben wir hier auch nochmal die ganzen Komponenten. Warum habe ich hier den Prozessor Tray statt Box genommen? Der Box-Prozessor ist aktuell mit irgendeinem Gutschein bei irgendeinem Ebay-Händler hier erhältlich und deswegen ist das natürlich kein realistischer Preis, weil bis das Video hochgeladen wird, 27. ist morgen, wenn das Video am Sonntag kommt, dann ist ja der Gutschein schon gar nicht mehr da und der 318 und hier seht ihr noch 17, das ist der Preis. Wenn Tray und Box gleich viel kostet, könnt ihr euch Box kaufen. Mittlerweile von der Garantie sind Tray und Box CPUs gleichgestellt, also bekommt ihr auch hier 3 Jahre Garantie von Intel. Was man ansonsten sagen muss, bei der SSD, der Preis von 109 ist auch eher positiv, den gibt es hier bei einem Händler auf Amazon, der 2 Bewertungen mit 1 Stern hat. Ob man da jetzt kaufen will, muss ich selber entscheiden. Hier haben wir wieder so einen Ebay-Gutschein und ich sag mal hier, Computer Universe ist ein solider Shop, Pro Shop sind beide solide Shops, ihr seht sehr viele Bewertungen und auch gute Bewertungen. Aber hier habt ihr dann schon 115 Euro plus Versandkosten, seid ihr eher bei so 120 und das ist hier was Galaxus Jakob 120. Also eigentlich wäre die SSD nochmal 10 Euro teurer, habe ich jetzt hier nicht mit drauf gerechnet. Bei der Grafikkarte ist es so, dass ich hier eine der günstesten 7000-EUlt-XT genommen habe, die entsprechend auch vergleichbar ist, damit das entsprechend passt und die man auch kaufen kann. Also es gibt hier mehrere Händler, die die da anbieten, wobei man auch sagen muss, hier ist schon wieder dann ein Step da. Also hier Mindfactory bietet die an für 835, dann gibt es noch BA-Computer für 839. Allerdings hier 15 Euro Versandkosten sind natürlich auch relativ viel, das heißt, entweder kauft bei Mindfactory oder das Ganze ist dann auch etwas teurer. So, dementsprechend kommen wir hier dann auf einen Teilepreis von 1735, der PC kostet 1790, also gerade mal 55 Euro mehr. Warum kostet der nur so wenig mehr? Muss ich natürlich auch ehrlich sagen, weil ich denke, boah, für 55 Euro, da kann ich natürlich nicht wirtschaftlich den Rechner zusammenbauen und meine Mitarbeiter bezahlen und Miete bezahlen und Heizen und Versicherungen und alles, was dazu gehört. Ihr müsst ja noch sehen, wenn ich euch den Rechner verkaufe, wenn der das ZPU-Video gesehen hat, schön 13 Euro gehen an die ZPU, an Urheberrechtsabgaben nochmal weg, die muss ich ja auch noch bezahlen und alles, was damit zusammenhängt. Es ist so, wie ich gesagt habe, dass ich die Rechner hier fairer kalkuliert habe, aber, was ich auch sagen muss, in den PCs sind viele Komponenten, wo wir Sonderdeals mit Herstellern bekommen. Die SSD, also mit Adata arbeiten wir direkt zusammen, bei denen können wir direkt Ware aus Taiwan beziehen, dementsprechend bekommen wir hier die SSD, den Arbeitsspeicher und auch das Netzteil etwas günstiger, dadurch kann ich den PC günstiger anbieten. Mit EndorFi arbeiten wir auch, wir bekommen das ARX-Gehäuse etwas günstiger, den Kühler auch ein klein bisschen günstiger, zum Beispiel kann ich hier auch den PC wieder günstiger anbieten. Bei Mainboard, also so mit MSI arbeiten wir auch, da bekommen wir einen kleinen Rabatt aufs Mainboard, wo wir keine Rabatte bekommen, das ist beim Prozessor, da habe ich keine besonderen Kontakte zu Intel oder sonst irgendwas, den kaufe ich auch zu dem ganz normalen Preis hier und bei AMD habe ich auch keinen besonderen Kontakt zu irgendwelchen Grafikkarten oder so, da kriege ich jetzt auch nicht richtig Rabatte oder auch keine Gamecode oder sowas. Aber bei vielen Komponenten hier kriege ich einen Rabatt und wenn man sagt, okay, überall geht vielleicht nochmal ein 5er oder ein 10er runter, dann habe ich irgendwie bei 5 Komponenten nochmal ein 10er runter und dann kann ich euch natürlich auch entsprechend das als Preisvorteil weitergehen. Deswegen ist der PC gar nicht so viel teurer. Mein Ziel ist es hier aber immer, wie ich ja auch gesagt habe, ich bekomme etwas günstiger, dann möchte ich euch den günstigen Preis anbieten und ich verwende nicht Produkte, wenn ich sie nicht gut finde, nur weil ich sie günstiger bekomme, sondern ich verwende nur Produkte, die ich gut finde und wenn ich dann noch einen Sonderpreis bekomme, ist das natürlich super. Allerdings von den Produkten, die wir hier verwenden, sind wir überzeugt, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen verwende ich sie auch und deswegen freue ich mich auch, wenn wir da einen Sonderpreis bekommen haben. Ich würde aber jetzt, also ich habe schon diverse Angebote für Sonderpreise bekommen, wo ich die Komponenten aber nicht gut fand. Die habe ich dann noch nicht verwendet oder nicht in den Shop gepackt. Es geht hier nicht um uns günstig, 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 sondern die Qualität muss einfach auch passen und ich finde, das ist hier auf jeden Fall der Fall. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr den Aufpreis gerechtfertigt? Wäre das ein Rechner für euch? Hättet ihr irgendwas geändert? Würdet ihr was anders machen an der Zusammenstellung oder findet ihr die Zusammenstellung so gut, wie sie ist? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Eure Meinung würde mich da interessieren. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich als nächstes als PC mal vorstellen soll. Also zum Beispiel hier aus der Gaming-PC, Preis-Leistungs-Gaming-PC-Kategorie. Hier die anderen Gaming-PCs sind noch nicht optimiert. Das heißt, hier die normalen Gamer-PCs sind noch die alten. Da wird es aber in nächster Zeit auch zu einer Optimierung kommen, dass sie auch auf dieses Namenschema hier umgestellt werden und ich auch die Preise dann natürlich attraktiv gestalten möchte. Mit Komponenten, wo ich entsprechend dann einen günstigeren Preis anbieten kann, um euch da ein besseres Produkt anzubieten mit einem Preisvorteil. Ja, in dem Sinne habe ich jetzt auch schon wieder genug gelabert. Das Video war lang genug. Ich hoffe, wir machen hier einige Timestamps rein, dass ihr da so ein bisschen zwischendurch springen könntet, wenn ihr nicht mehr ein ganzes Gelaber ertragen wolltet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns dann im weiteren Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.